Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock. Ich darf, ja, Endstand 4 zu 0 vor insgesamt 62.177 Zuschauerinnen und Zuschauern. Ich darf neben mir die beiden Cheftrainer begrüßen, Merzat Zedembegovic für Hansa Rostock und unseren Cheftrainer Pal Dardai. Und Merzat, als Gast hast du das erste Wort, dein Statement zum Spiel bitte. Ja, vielen Dank, guten Abend. Erstmal gleich von vorne weg Glückwunsch, verdienten Sieg. Wir haben in der ersten Halbzeit das gespielt, was man nicht spielen darf. Nicht nur hier, sondern insgesamt in dieser Liga. Du darfst nicht so zügerlich, so mutlos sein. Wir hatten einfach viel zu viel Respekt. Dadurch haben wir viel zu viele Räume gegeben. Eine Mannschaft, die dann das richtig gut ausnutzen kann, dann bist du schnell 2-0 im Rückstand und dann läufst du hinterher. Wir haben es taktisch ein bisschen angepasst, eine halbe Stunde war ein bisschen besser. Im Halbzeit haben wir gewechselt und dann in diese, ja, eine gute Phase von uns, wo wir auf den Anschlusstreffer so ein bisschen reingedrückt haben, lassen wir uns so naiv auskontern, über 70 Meter, stützen raus, machen kein taktisches Foul oder sonstiges. Und dann bist du 3-0 hinten und man merkt, warum Hertha so wenig braucht, um die Tore zu erzielen. Und wir haben denen dann auch Räume gegeben aus dem Vierten. Und da waren wir echt, das hat mich ein bisschen verwundert, da waren wir zu gierig in dem Moment oder zu naiv, dass du beim 3-0 immer wieder mal Torwart einlost, wo man ganz deutlich merkt, dass Hertha in dem Moment gut ausspielt, dass das Pressing nicht möglich ist. Wir haben es immer wieder probiert, gegeben. Kann man so positiv sehen, dass wir uns nicht ergeben wollten, aber auch naiv, weil wir da einfach Räume gegeben haben, die man nicht haben darf. Und dann am Ende ist es ein Glück, dass du nur vier mit vier hier heimfährst. Und abputzen, weitermachen, diese Liga ist brutal. Und das haben wir heute im Sinne erlebt, aber auch das, was unsere Fans gemacht haben, ist sauber da. Das will ich von vorne weg sagen. Das habe ich noch nie erlebt, glaube ich, auch noch nie gesehen, dass man nach so einem Spiel, du verlierst in dieser Lage, wo du bist, auswärts. Über 20.000 deine Fans da sind und Mannschaft so einen Support geben, das muss uns einfach Kraft und Mut geben. Dieser Mut, der uns gefehlt hat am Anfang und die nächsten Spiele besser, positiver zu bestreiten und den Fans Freude zu bereiten. Paul, dir und Hertha, alles Gute. Bis zum Saisonende. Vielen Dank, Merzat. Paul, wie hast du das Spiel gesehen? Dankeschön erstmal. Und ich würde auch mit den Fans erstmal loslegen. Respekt, ja, auch für Rostock, auch für uns. Okay, das Spiel fängt an mit ein bisschen Rauchgefühl, aber trotzdem, das ist einfach geil. Ja, so ein Fußballabend, natürlich die Polizei, da muss man auch Danke sagen, wir müssen jetzt ein bisschen Ordnung bringen, einige Dinge, ja, Respekt dafür auch. Aber diese Fußballabend zu genießen, ist einfach fantastisch. Olympiastadion hat seine eigene Seele. Wir haben jede Karte verkauft, was man verkaufen könnte. Und dadurch danke für die Berliner, danke auch für die Gegner, dass die hier waren, weil das einfach macht Spaß. Ja, okay, für die Kollegen heute hat das nicht Spaß gemacht, weil wir haben nicht viel Chance gegeben. Die erste Halbzeit mit Paul waren wir mit einem hohen Tempo und auch die Automatismen, sehr viele Dinge hat gelungen für uns und die Mannschaft hat gut reingekommen. Ich habe innerlich einen Tick Angst gehabt, weil die machen wir die Tore nicht. Wir haben Chance, Chance, Chance und kommen die Tore nicht. Nicht, dass irgendwann die Kontraaktion durchläuft und 0-1 und boom, ja, Schluss mit der Euphorie. Aber dann der richtige Moment kommt, gut ausgespülter. Erster Tor, vor dem zweiten Tor, der Elfmeter, bestimmt waren 20 Ballkontakte. Und das ist das, was sie die ganze Woche gesagt haben, gepredigt haben. Geduld, letzte Woche, kein Geduld gezeigt, blöde Ballverlust, komische Ballzirkulation. Und das macht Spaß, mit diesen Jungs zu arbeiten, bei der Entwicklung Potenzial ist es noch riesig. Das muss Hertha BSC ausnutzen. Und 2-0, gehen wir da rein, mag ich nicht. 2-0 ist nicht schön. Ich habe selber gespielt, ein Spieler denkt, okay, habe ich das Spiel. Und genauso, wie mein Kollege gesagt hat, ich glaube, die haben besser angefangen an der zweiten Halbzeit. Da war sogar vor dem dritten Tor so Torstand für die Gegner. Weil wir sind zu tief gestanden. Dann habe ich geschimpft, mit dem zentralen Mittelfeld, mehr Aktivität, mehr nach vorne zu verteidigen. Nicht so passiv sein. Und das müssen wir lernen. Immer wieder nach vorne, nach vorne, weil die Gegner unter Druck setzen, nicht aufhören. Und Gott sei Dank kommt ein geiler Umschalt, Kontertor sogar. Das ist nicht mal Umschalt, sondern Kontertor bei eigener 16er durch den Platz. Das nennt man Konter. Aber dann, ich glaube, die Winkler hat bestimmt, ich habe noch nie gesehen, ein neuer Rekord gesprintet. Das muss irgendwie 37 kmh sein. Weil da, wenn er Raum hat, da hat er ein Speed, das ist unglaublich. Aber was schön ist, die hat er noch richtig gut vorgelegt. Und zwei Vorlager von ihm, das ist auch nicht schlecht. Dann haben wir gewechselt. Und die Wechselspieler kommen sich auch gut rein. Und das finde ich gut, dass er aber ein Bukalak ist, aber ein Hussein von anderen Fußballkulten haben sie gekommen. Dann mit viel Schwierigkeit, ja, aber gewöhnen sie daran langsam. Das ist die zweite Liga. Das ist genau so, wie mein Kollege sagt, ist sehr schwer. Das ist nicht die erste Liga. Mainz war hier, die erste Liga Mannschaft, das war ein geiler Fußballspiel. Zweite Liga, Leute, das ist viel zweite Bälle, viel Action. Wir gehen wie jedes Wochen mit 120, 125, 127 km zu der Kabine. Und die erste Liga war 104. Also brutale Liga. Und heute für uns ist es ein perfekter Abend. Und ich bin dankbar für die Jungs, dass die nach 2-0, ja, machen sie dritter und 0. Das ist so schön für einen Trainer, 0 endlich. Ich habe schon gedacht, Defensiv habe ich schon vergessen. Ich wollte schon meine Pro-Lizenz zurückschicken, ja, weil das ärgert mich. Ich bin immer stolz, dass mein Defensiv dies und so und so und dass nichts immer funktioniert. Und heute, ich muss nicht sagen, das Respekt an die Mannschaft und wir danken auch für die Fans und für die Mannschaft für so einen schönen Fußballabend. Danke auch an dich, Pal. Gibt es Fragen an die beiden Trainer aus der Runde? Wir gehen einmal in die hintere Reihe zu Philipp Höppner für den RBB. Hallo, Nierunde. Pal, Glückwunsch zum Sieg. Du hast heute Linus Gechter draußen gelassen, nachdem er zuletzt gesetzt war. Hast dich für Mark-Oliver Kempf entschieden. Erstens, wie kam es zu der Entscheidung? Und zweitens, nach so einem guten Spiel von Kempfi, was heißt das jetzt für nächste Woche? Erstmal, ich glaube, für Kempfi ist das eine schwierige Phase gewesen, weil, muss man ehrlich sagen, Linus und Marto mit dem Ballbesitz und wir haben gepunktet und das sieht sehr gut aus. Aber Linus, das letzte Spiel, nach meinem Geschmack ein bisschen zu defensiv, zu viel abgeweist, hat nach vorne zu verteidigen, irgendwie vielleicht ein Tick zu müde. Das ist geistlich auch, er ist ein junger Spieler, hat eine sehr große Verantwortung bekommen, Leute, Innenverteidiger, Torwart, das ist sehr schwierig. Aber einen Fehler macht dich sofort kaputt. Das ist nicht einfach für einen jungen Spieler. Und ich habe einfach von meiner, ihr kennt mich, ich habe einen dicten Bauch, sehr schön, Bauchgefühl, muss man diesen Moment rausnehmen. Dann habe ich überlegt, ob das Leisner, ob das Kempfi. Und bei Kempfi ist es beidfüßig, dann habe ich gesagt, dann lasse ich das spielen, weil Kopfballstark, ich habe im Training gesehen, ausgehungert, er ist schnell, kann ablaufen. Und Deo, Marto und Kempfi, Restverteidigung, das sieht gut aus, ja. Und da muss man Deo auch loben, solange die gelbe Karte, so wie man das sagt, nicht bekommen hat. Ich glaube, fast jede Aktion hat abgeräumt. Und das gibt ein gutes Gefühl für den Innenverteidiger. Und Kempfi fehlerfrei, aber muss ich auch sagen, nicht weil mein Sohn ist smart in der ersten Halbzeit, überragend in der ersten Halbzeit. Die können uns nicht pressen, weil er dann einen idealen Wechsel gemacht hat und dann die ganzen Gegner waren erstmal aus. Hat uns so gut gelöst und ich habe schon geschwört, bestimmt wird er ein bisschen müde, ich wollte nichts riskieren. Er hätte durchspielen können, aber trotzdem, Toni Leisner kommt rein, weil er das auch verdient hat. Und wie schön im Moment, ein Rieser gibt die Kapitänbinder zum Toni. Also ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, das intern, das ist ein geiler Teamgeist. Die Stadt, wo du hingehst, die Leute sind glücklich mit dieser Mannschaft, weil er entwickelt etwas. Und das ist sehr schön. Und diesen Moment, wo Rieser die Kapitänbinder zum Toni gibt, ich habe ganz sicher gut gehabt. Für mich war das mehr bedeutend, als das 1, 2, 3, 4. Tor, weil das einfach geil ist. Nieles Heidemann für die Berliner Morgenpost hier in der Mitte, bitte. Paul, hallo, Glückwunsch zum Sieg. Wir hatten ja am Mittwoch auch intensiv über die Zusammensetzung der Doppel-Sechs gesprochen. Du hast Deo schon angesprochen, mit Ayman Barkok hat er dort zusammengespielt heute. Kannst du mal beschreiben, wie die Aufgabenteilung der beiden aussah und wie du das dann wahrgenommen hast auf dem Platz, wie sie es gelöst haben? Also, dann dreht er mir über drei, ja, weil das waren mir zwei Achter, Dardai, also Polko und Ayman. Und die Deo war derjenige, dass ein krasser Ballfresser musste sein mit den zwei Innenverteidigern. Und die beiden Achter immer aushelfen, aber trotzdem offensiv halber immer besessen. Das ist bei Polko, ich glaube, sehr gut gelungen. Die Halbposition hat auch defensiv mitgeholfen. Und wie das Spiel entwickelt hat, der Ayman hat noch mehr defensiv mitgemacht, weil das ist der Spielverlauf. Und dadurch sage ich, heute kannst du nicht sagen, wer ist Zehner, wer ist Achter, wer ist Sechser. Sechser, okay, aber die Zehner muss Achter verhalten haben, die Achter muss Sechser verhalten haben. Und dann haben sie es gut gemacht, nur die zweite Halbzeit, wo sie rausgekommen haben, selber Polko, selber Ayman, sogar Ayman noch mehr. Das darf nicht so abweichern, muss nach vorne verteidigen, immer nach vorne verteidigen, weil da gibt es keine Überzahl, nicht passiv, aktiv. Und sonst, ich bin zufrieden mit denen und einfach sollen alle gesund bleiben. Das ist ein schöner Konkurrenzkampf, jeder geht zu den Limiten und das macht Spaß. Andreas Hunsinger für den Kicker, bitte in der hinteren Reihe. Herr Darnasch, noch eine Personale, Sie haben eben schon Martin Winkler angesprochen, der jetzt in den letzten beiden Spielen auch auffällt, oder in den letzten drei Spielen durch Effizienztore und Assists. Wie sehen Sie seine Entwicklung über die letzten Wochen insgesamt? Ja, das spricht für Hertha BSC Akademie, das spricht für Zeke Neuendorf auch, weil immer wieder Kontakte gehalten mit ihm, ausgeliehte Spieler zurückgeholt, Vertrauen hat er bekommen. Muss man sagen, der böse Trainer hat sehr oft richtig geschlagen. Nicht, dass ihr mich anzeigt, nicht so, wie ich das Wort zu Wort. Aber es hat sehr viel Kraft gekostet, dass er Defensiv jetzt richtig gut macht. Offensiv habe ich gewusst, dass er kann, aber Defensiv ist wichtig. Und er entwickelt, sehr schön. Und dann, wenn eine Torvorlage kommt, letztes Mal sogar Tore, dann bin ich sehr stolz. Bei Ende des Jahres, die Angreifer sind gemessen nach der Scorer-Funk und nach der offensiven Qualität. Nicht, was die Defensiv machen. Statistisch muss das gut sein, aber diese Entwicklung Defensiv, das macht Spaß. Dann gehen wir einmal hier vorne zu den Kollegen in der dritten Reihe. Ja, hallo, Tommy Bastian von der Ostsee-Zeitung. Ja, Trainer, Sie haben gesagt, dass die Mannschaft mutlos aufgetreten ist in der ersten Halbzeit. Das waren ja Dinge, die Sie zuletzt besser gemacht hat, die Sie auch immer wieder eingefordert haben. Haben Sie, auch wenn es kurz nach dem Spiel ist, eine Erklärung, warum die Mannschaft so mutlos war, vielleicht auch so ein bisschen wehrlos war in der ersten Halbzeit? Ja, es ist schwer, glaube ich, das richtige Schlüssel zu ziehen. Weil es passiert immer wieder mal, aber in dieser Phase darf uns das einfach nicht passieren. Und in diesem Stadion musst du einfach, wie es bald gesagt hat, das Ganze musst du einfach genießen und irgendwie einsaugen und nicht zu viel Respekt davon zu haben. Ich glaube, dass das Problem war. Und dann die ersten Zweikämpfe bis zu spät. Und dann merkst du, komm ich gar nicht hin. Und das verunsichert dich dann noch mehr und baust Gegner auf. Und dann läufst du schön die ganze Musik hinterher. Das ist das Problem. Die erste Aktion, die musst du dann richtig führen. Und dann war es wirklich problematisch, auch von taktischer Grundordnung. Deswegen haben wir umgestellt. Dann war es ein Stückchen besser, eine halbe Stunde. Und mit dem Wechsel war es nochmal besser. Aber leider, wie gesagt, in der besten Phase, wo du wirklich drückst auf den Anschlusstreffer, wirst du bestraft. Wahrscheinlich wirst du auch nicht belohnt, dass du im Gegenspiel 16er was machst oder du einen Elfmeter kriegst oder irgendwie. Wirst du nicht belohnt, weil du zu mutlos in der ersten Halbzeit fährst. Also in dieser Liga musst du von erster Sekunde bis 90 plus am Ruda-Ackern arbeiten und da sein und mutig spielen. Und es reicht nicht ein paar Minuten oder 10, 15 Minuten vor allem nicht gegen so einen Gegner. Noch eine Nachfrage. Können Sie vielleicht sagen, wie Sie das Ergebnis jetzt auch einordnen, nachdem es zuletzt halt so ein bisschen aufwärts ging? Drei Sieger aus vier Spielen und ein bisschen Euphorie auch. Und auch jetzt so viele Gästefans hier vor Ort. Und dann jetzt die höchste Saisonnierlage, wie bewerten Sie das? Also 1-0 oder 4-0, du verlierst ein Spiel. Vielleicht ist manchmal 4-0 besser, als viermal 1-0 zu verlieren. Und deswegen will ich mich nicht zu viel mit diesem Spiel auch jetzt am Anfang der Woche zu viel beschäftigen. Das war ein Spiel, wo wir eine Chance hatten, vielleicht etwas mitzunehmen. Aber dafür musst du einen richtig guten Tag haben und richtig mutig auftreten. Gegner vor Probleme stellen. Und nun, es muss wirklich alles passen. Bei Gegnern darf nicht zu viel zusammenkommen. Aber wir haben nicht dafür gesorgt. Von daher ist das eine Niederlage, die tut natürlich weh. Aus verschiedenen Gründen. A, du nicht gepunktet hast und B, weil so viele Leute von uns da waren. Wegen die. Es tut mir nochmal brutal leid, dass wir da die erste Halbzeit so gespielt haben, wie wir das gespielt haben. Aber es sind noch genug Spiele. Wir stehen da, wo wir sind. Und wir wussten auch, ich habe es vor dem Spiel beim Fernsehen auch gesagt, mit diesem Spiel wird nichts entschieden. Für uns, auch wenn es in eine andere Richtung läuft, wird es nächste Woche nochmal alles eng. Und dieses Mal, wenn du negative Ergebnisse hast, ist es noch enger. Aber das kennen wir schon seit ein paar Monaten, dass es immer brutal eng ist und du musst von Woche zu Woche liefern. Heute Abend haben wir nicht das geliefert, was wir können, müssen, wollen. Und noch eine Frage von dem Kollegen, bitte. Vielleicht können Sie nochmal darauf eingehen, jetzt ist es eine etwas längere Woche. Sie haben mal ein bisschen mehr Zeit, die Mannschaft auf den nächsten Gegner vorzubereiten und vielleicht auch zu regenerieren. Wie gehen Sie es an? Und vielleicht auch noch da anschließend, welche Rolle spielt es, dass Lautern kurz vor Ende verloren hat? Und Sie definitiv, Sie haben letztes Mal so ein schönes Bild gemalt. Sie sind ganz leicht über Wasser und können atmen. Das bleibt jetzt ja quasi so. Welche Rolle spielt das? Ja, wenn die Konkurrenz nicht punktet, ist es besser. Aber du musst trotzdem am Ende punkten. Und es sind genug Spiele, genau für uns, aber für die Konkurrenz. Und wenn wir nicht punkten, in den nächsten Wochen werden die irgendwo oder irgendjemand punkten. Weil wenn man das sieht, es sind vier, fünf Mannschaften, die jeder kämpft um Luft und jeden Tag oder jeden Spieltag. Und daher ist eine sehr lange Woche vielleicht besser, wenn du gewinnst. Aber es ist kein Wunschkonzept, es ist hart erleben, es ist hart der zweite Bundesliga. Von daher gibt es nächste Woche wieder einen harten Kampf um die Punkte und mehr ist nicht dazu. Mehr ist nicht zu sagen, glaube ich. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle. Mehr seit euch. Eine gute Heimfahrt und alles Gute. Und auch euch einen guten Abend. Kommt gut nach Hause. Danke schön. Ciao.